Und willkommen zurück, die Hornnacht ist irgendwie doch noch nicht ganz vorbei, es kamen plötzlich doch noch ein paar, die wollten noch Spaß haben und wir sind ja gerade wieder neu gespawnt, wegen dem Mollo. Wir müssen den Pädchen noch einweihen, das Kreuz ist noch nicht voll. Stimmt. So, mit dabei ist natürlich auch wieder Mucki. Gute Nacht, nabend, norden, was auch immer. Ja, und der Poxi. Moin! Und die Zombies. Ja, das war auch eine gute Begrüßung. Danke, Herr Zombie. Hier kommt noch eine Mutter. Die Zombie-Gewerkschaft hat mir eben eine E-Mail geschrieben, wir sollen die Zombies da auch in unsere Begrüßung zwischen uns mal mit reinnehmen, weil hier auch kein Hauptcharakter sind. Jetzt schießt er noch mal. Wo ist denn der Schusswerkzeug hier? Äh, war irgendwo mal drin in der letzten Folge, ja. Ja, ja. Die letzten Schüsse lasse ich mir, falls noch was passiert. Ein letzter, so. Bis zwölf kann ja immer noch was passieren, ne. Wollen wir ja nicht. Holla, die Waldfee. So, Theorie. Da lohnt man auch mal wieder Steinpfeile. Äh, da ist doch das Kreuz. Achso, ah, Entwein. Äh, ich hab keinen Platz mehr. Ähm, ich bin ja auch. Ich glaub, das Problem werden auch einige beim Hardcore-Event kriegen. Was? Die meisten sind ja jetzt auf irgendwelchen Mods mit dem Bigger-Backpack. Ja. Aha. Die müssen sich ja dann auch wieder umstellen auf die Hälfte vom Inventar. Stimmt. Echt? Das gibt mehr bei Mods? Ja. Äh, sehr interessant. Doppeltes Inventar fast im Rucksack. Wow. Na gut, dass ich mich an sowas nicht gewöhne. Ja. Aber die Icons sind dann auch entsprechend kleiner. Das ist schon... Wow. Aber du kannst natürlich eine richtig große Loot-Tur machen. Und Fallweg! Das war's. Unwürdig. Wenn die beiden sowas gewöhnt haben. Ha, ha, ha. Ha, ha. Meist ihr Action. Kommt noch jemand? Ja. Oh, das war's. ich weiß nicht mit dem bin ich durch hier ich habe die kirche entweiht ich habe mich gerade in spikes gepiext du weißt vorsichtig vorsichtig in die spikes reinlegen bringt die kirche zum fall ich bin der könig der welt nicht ganz hat funktioniert ganz ehrlich ich mache das so wie beim harten event nach der horde werde ich nichts registrieren naja oben bleiben ja grüß mal schön zurück ja einfach oben bleiben oder halt irgendwo in sicherheit oder wie auch immer weil ich glaube der meck war dass der dann um sechs Uhr morgens auf 11 Uhr noch mal zwei zombie horten am achten tag bekommen hat echt? ja ja entweite kirchen sind deutlich angenehmer das ist richtig hast du noch platz für fleisch? ja liegen noch ein paar hier liegt auch noch was von der wanderhorde noch jungs schlumpf lasst mal irgendwo treffen hä? wie? kommt mal gleich kommt mal gleich hoch wir kommen zum beichten der kommt mal gleich hoch zur schlumpfweite da kocht das weinwasser aber auch schneller ja wieso habe ich mir denn da habe ich das bein gebraucht oh das war sie denn gar nicht mitbekommen ja sind die schäden ja wenigstens noch zu was nutze ne jo so jungs also jo hier eins zur proxy ach du hast eins? ne ich habe Tee achso ne hier eins für dich kein kein gerstentee aber und dann nimmt man das bier in der hand und dann mache ich so was ich nicht trinken würde dann stoßen wir mal drauf an hier ne schöne horde und ne und ja und einstellungen höher und dies und das auf unsere zuschauer überlebt genau brust plump blok blok und da ich ja schon ein blauer schlumpf bin trinke noch eins nachher ja boah wer braucht noch feide ähm ähm ich habe noch äh 262 62 Schatzkarten hätten wir noch Wow, der fliegt weit Da könnten das Dach auseinandernehmen dann kaputt gehen drauf Vielleicht kannst du nur du schmeißen als Host Hehehe, wenn ich darf Schlimme können wir auch gar nicht Oder? Ne, können nicht Ich weiß nicht, wie das mit dem Bar einkleist Kannst du ja um 12 Uhr nochmal ausprobieren Wow, bei mir gab es jetzt gerade einen heftigen Hänger Okay Hängerchen 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 Aus Hängerchen, genau Oh, Hängerchen Fingerarmarsch Hängerchen in der Eifel, genau Die Kirche muss fallen Die Kirche muss fallen Habt ihr denn jetzt eigentlich mal den Notausgang einmal probiert, um zu gucken, wie der überhaupt ist? Nö Ja, sollte ich da ja mal machen, ne? Also, gibt man sich so viel Mühe mit und dann... Wow, mit Trämpchen Mit Trämpchen Halleluja Damit man schneller hochkommt Und das hier ist dieser Dachstuhl Ah, nice Ne? Ja, aber es hat zwei hoch, reicht ja Ja, in der Mitte ist es zwei hoch Genau Aber das habe ich noch nicht gewusst, dass da noch... Da sind sogar noch 12 Arrowheads drin Ja, unten gelootet habe ich nicht Ja, sowas Da war keine Zeit Stell mir vor, da wäre ein Sniper drin gewesen irgendwo Mit Munition Ja So viel Glück habe ich auch nicht immer Meistens, aber nicht immer So sieht's aus Nüchtern war gestern Heute sind wir alle blau Kirche muss weg Alles weg Ist die Kirche weg Hehehehe Ja Oh wello Hm, Schato Schato Schato, sag ich doch Zwillingsbruder Mhm Ich finde das ganz angenehm hier Hier könnten wir einziehen Oder? Naja, er hat schon zu viele Löcher Hm Ja, ich meine nicht das Haus Ich meine die Stadt Die Stadt hat was Hm Eine Kirche ist schon entweiht Die andere kann man noch entweihen Ähm Also das war ja auch ein Sieg, der dir irgendwie empfohlen wurde, oder? Da hat er einen bestimmten Namen gehört Genau Ah, Wanderhorde auf Südost Wanderhorde auf Südost Ost? Da hinten Ah cool Oh ja, oh ja Jetzt nochmal lustig Joa Bitte Oh Ja, wir daneben Ähm Dann lass uns doch auf den Steg gehen Jo Gucken, da sollen die noch ein bisschen Piekssacken Doch Nee Ach komm In your face Oh, naja, er wackelt auch nicht so In your face Was ich den noch getroffen hab Die Mutter muss weg Mutti muss weg Mutti muss weg Mutti muss weg Mutti muss weg Einer ist noch links am Haus Der hat sich da irgendwie festgehangen Boah 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 Sag mal Drei Millimeter nebendran oder was? Hallöchen Ah, er wackelt auch so Das war ein Treffer Äh, im Haus ist auch noch einer, ne? Nicht, dass ihr euch erschreckt, wenn er leider nicht rauskommt Proxy, Vorsicht Da ist noch irgendwas Hm? Da ist doch noch was Tadaa Hat nicht irgendwo noch was gehört? Mhm Nicht? Wo ist denn der ist rausgekommen? Ja Ach, hier hat er sich rausgekämpft Da nicht Interessant Ah, da ist noch eine Ding drin Sag ich doch Ähm So Oh ja Wanderhorde Gibt Punkte für Skills Haha Auf dem Friedhof Ist das nicht eher eine kleine Kapelle? Ja, stimmt Das ist eigentlich eine Kapelle Alles egal Oh, denk dran alle Leute Schnickst keine Frauen Äh, mach ich nicht, mach ich nicht Naja, schaffst du nur Ich hab, ich hab, ich hab geschossen Genau Hm Hm Schön Jetzt wird's aber hier wieder London Ja Der Himmel weint Ja, was Schon wieder Regen Und auf der Kirche ist ein Aldo erschienen Äh, achso Da zieh ich mir doch mal mein Flanellhemd an Mach das mal Im Wetter Ja Aber bei dem Wetter weißt du was Da zieh ich mich erstmal aus Ich wollt grad sagen, bei dem Wetter zieh ich mich aus Und lass mal alles schön nass werden Weil Wir haben eine schöne Dusche in der Apokalypse Ja Das Duschgel auspacken Und drehen hat ja keiner was gesagt Ja Gibt ja noch einiges Gibt ja noch einiges Treten Schubsen Beißen Kratzen Erschießen Hm Hm Locker machbar Und Außerhalb der Horde Hat man schon gemerkt Ja Dass die ein bisschen stärker sind die Einstellung Proxy Weil ich muss ja dein Bikini Hammond Bacon and Eggs Ja Die müssen immer so fettig kochen Ja Die müssen immer so fettig kochen Die müssen immer so fettig kochen Die gehen aber nur auf die Oberweite ne also Schlumpfbären sind immer viel gesünder Vorzuweisen Kleine Steinnachst Gut ähm Dann Moki probier mal um Zwölfe einmal aus Wegen dem Molo Wer hat denn die Molotows genommen? Also ich hab noch welche Ich hab gerade keine mehr Aber Ich hab keine mehr unten gefunden Was? Ich hatte keine Eigentlich müssten die Die fünf die ich übrig hatte Hab ich irgendwann zurückgelegt Doch Hier in der Linke Dann wieder Bin ich blind? Unten? Ne in der senkrechten nicht Was? In der linken senkrechten Kiste Unten in der Reihe Vorletztes oder so? Ach da okay Sieht aus wie Bierflaschen Ja So du schnappst Dann probierst du aber gleich Wirklich erst um zwölf ne Weil ich will wirklich die Regel ganz durchziehen Bis zwölf Zum Abschluss Ja so zum Abschluss Ja so zum Abschluss Das nehmen wir dann auch noch mit auf Foxy der Dachdecker Ja In der Apokalypse muss man ja ein Multitalent sein Gärtner Dachdecker Metzger Schlachter Schießer Maulwurf Sieht doch gut aus Ich gratuliere den Überlebenden Und Mucki du darfst werfen Du bist schon zwölf Okay Ja ich bin schon zwölf Ja das geht aber Also dann muss es die Kombination Molotovs mit Zombies sein Also es Jetzt ging es ja The Ring of Fire Ja jetzt geht es nicht mehr Es war mir ja so klar dass sowas kommt ne Ich gehe in Deckung Zum Glück habe ich noch Platz für trinken Ja deswegen wollte ich bis zwölf warten Jajaja So gut Dann gehen wir raus Machen ne kurze Pause Ja wir bleiben drinnen Also für den Stream Aber Für Youtube machen wir eine draufikommen Auch für Youtube machen wir eine kurze Pause Verändern noch ein bisschen was sagen wir bei der nächsten Folge Und Bis denn Tschüss